Wie? Salp? Warum ist die tot? Was habt ihr denn gemacht? Ich versteh's nicht. Äh... Boom! Pau! Und mach Schaden, Justin. Weh, wenn ich... Äh... Rap! Hast du Lebensdranken? Natürlich hast du's nicht! Endanfänger! Dieter, du hast ja noch genug. Gott sei Dank. Hier geht's! Ha! Was war denn das für ein Scheiß, ey? Boom, und schon bist du tot. 100 Millionen Degrees! Take that! STIRB! 1 2 2 3 5 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 6 5 7 9 9 10 10 10 10 11 8 1 10 10 11 11 11 12 14 16 20 Alter! Die Geister rupt mich auseinander! Die Geister rupt mich an. Nein, ich will es einsetzen. Die Geister rupt mich an. Ähm... Ähm... Juhu! Rechte ich mal. Äh... Po, Po! Po, Po! Po, Po! Po, Po! Po, Po! Po, Po! Jaaay! Volles Leben! Und kaum Mana! Ich weiß gar nicht ob ich da lang will. Lohnt sich das überhaupt? Ist da was? Da ist nix? Geradeaus gehts glaube ich auch nicht weiter? Nee! Und da bin ich auch gar nicht so lang. Hier ist der Tanz. Hier geht's runter. Toll. Ach, schlapp. Kein Plan, wie ich das... wie das ging. Okay, Leute, ich suche einfach mal kurz hier den Speicherpunkt. Versuche da hinzukommen und wir sehen uns dann gleich in der oberen Etasche wieder. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, bin wieder da, hab mich komplett geheilt und ja, jetzt erlebe ich den weiteren Terror. Oh. Feld, Fenster, richtiges. Gut, jetzt kann ich wieder kontrollieren, was hier geschieht. Okay, und da ich jetzt weiß, von wo ich komme, guck ich mal kurz hier rein. Ja, gut, alles. Nochmal gecheckt, dass alles wirklich aufgeladen ist. Okay, und dann gehe ich einfach mal jetzt hier die Etage hoch, weil ich da hoffe, dass wir da weiterkommen. Immerhin geht's dann nach oben. Gut, gut. Wir sind jetzt in Etage 8. Und ich würde mal sagen, äh, da, 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 ich ziehe es mal ganz normal hier rein, damit ihr es auch seht. Äh, File, äh, Save, Slot, Feld, so. Ah, ich habe das Fenster nicht verschoben, sonst habe ich das nachher dann bei der Bearbeitung oder Rändern wieder schön bearbeiten. Da sieht man wahrscheinlich wieder meinen kurzen Hintergrund. Ich weiß ja nicht, ob ich das Bild mal komplett zeige. Äh, so, und jetzt dürften wir gleich den euch Geister wag ich jetzt schon nicht mehr. Okay, da drüben ist ein Durchgang, da ist ein Durchgang, da ist ein Durchgang, und hier ist ein Durchgang. Da auch. Oh, wo soll ich da lang gehen? Hau ab, hau ab, hau ab. Ich hatte solche teleportenden Fieser. Okay, laufen wir mal hier links. Huuuuaah! Wozu habe ich SafeSets? Häh? Load Slot 5. So. Ihr verarscht mich nicht. Okay, dann probieren wir gleich den Gang nach drüben. Wenn die mal abgehauen sind, gehauen sind, gehauen, ja. Okay. Hm? Hm? Hallo? Ui! Okay. Bin ich auch nicht lang. Anscheinend muss ich da die Gegner besiegen, damit das nicht gilt, aber ich habe hier keine, um die ganzen Fichter noch platt zu machen. Hm? Hallo? Ich ahne schon, ich lauf hier raus und die kriege ich mich. Das ist doch... Ah, da sieht man doch schon wieder, dass da drinnen ist, nach ohne Falle. Ah, da sieht man doch schon wieder raus. Ah, da funktioniert das. Gut, sind wir hier schon mal drüben? immer ein Stück für... Geld? So offen? Hör mir auf. Tatsache. Okay, auf dem Rückweg, wo war's? Hier ist eine Wunde. Da vorne. Okay, das probieren wir jetzt nochmal bei der anderen Falltür. Nein, ich kriege mich nicht. Oh, was? Hier um die Ecke, ne? Oh, ich komm wieder runter, oh, 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 oh. Da ist was. Das will ich sogar eigentlich haben. Okay, was ist es? Ein Lebensdrunk. Nie schlecht. Renn! Renn! Boah! Skill! So. Das ist wieder ein bisschen vorsichtig. Jetzt kommen wir zwar hier. Ja. Das probieren wir jetzt bei jedem Gang. Das glaube ich nehme ich nochmal da drüben, wo ich als erstes runtergefallen bin. Oh! Zum Teufel! Die kommen da rein? Warum? Wisst ihr was? Nein! Auch nein! Ich habe keine Lust mit euch zu spielen. Du bist in Ordnung! Retriebe! Ich will endlich mal ein paar Boss-Gegner fertig machen. Die sollen zwar so übelst schwer sein, aber egal. Ich möchte mich nicht mit euch befassen. Ich brauche mein Mana. Und mit Kombis komme ich ja bei euch nicht weit, wie ich schon mal gemerkt habe. Nein, nein, renn, renn, renn! Nein! 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 Wir müssen das nicht dauerhaft sperren. Dann werde ich stinksauer. Wir sind in Probleme! Bleib dran! So, ich will jetzt endlich da rüben rein. Nein, aus! Lies da drüben lang? Eigentlich schon, hä? So, teleportiert euch noch einmal. So, jetzt haut ab. Einmal schon wo in der Ecke. Bin mir ganz lieb. So. Hätte ich auch jetzt knifflig sein können, wenn es hier irgendwo eine Falltür gewesen wäre. Weil die Knalle hat runtergeflogen. Ist hier auch was. Das sieht schon so komisch aus. Da vorne ist auch wieder was. Oder? Nicht? Okay, wo komme ich denn hier hin zu? Nur Gold? Gebracht? Okay. Das sieht schon wieder so aus. Dachte ich mir. Schön. Wie schön. Wo komme ich hier hin? Was ist da vorne? Da sind solche Viechte im Gang. Gut, die können auch laufen. Okay, dann läuft halt. Macht mir nix! Mäh! Naga, Königin! Gut, solange ich noch nicht so laufen kann ich nämlich diesen machen. Vergiss es! Oder auch diesen! Vergiss es auch! Ich will jetzt endlich zu Bossgeknopf platt machen. Ich will hier endlich was reißen! Ops, nein, nein, was hab ich hier eingestellt? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht automatisch einen Kampf eingestellt, weil dann könnte der nächste Kampf unschön werden. So, jetzt rennen, 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 rennen. Nein! Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht! Ich hoffe, ich habe hier die richtige Treppe gleich erwischt. Oh! Pfff! Wisst ihr was? Wie Scheiß auf diesen Lebenstrang, ey! Ich habe keine Lust... Echt, das ist... ... richtig nervig! Äh... ... nein, nicht safe. Load... ... stop... ...lot... ...5. So! Jetzt könnt ihr mich immer alle gern haben. So, wir sehen, wo tauchen sie auf? Da drüben. Perfekt. Jetzt habe ich nämlich hier lang. So und hier. So, Gegner. Ist mir egal. Ich laufe jetzt hier lang. So. Hier dürfte es gewesen sein eigentlich, ne? Wo die Viechter im Gang stehen. Genau. Ach egal. Solange es kein Hinterhalt ist. Nein! Aus. Da vorne auch nochmal. Oder? Nicht. Ach, hier ist nichts. Toll! Scheiße! Macht Spaß! B Den! B Den! B Den! B Den! B? Wann! Das ist ein und das ist... Acht! Wann ich? B Den! Lass ihn zurück! Ich habe euch gesehen. Hallo, deaktivierst du dich mal? Ich höre dich an dir vorbei. So, dann fliehe ich nämlich von dir, dann laufe ich einfach an dir vorbei. So, hast du es geschafft. So. Und dann diesen hinterher. So, hast du es geschafft. Da hören wir auch um die ganzen schönen Stimmen, was sie sagen, wenn man sich verzieht. So. Justin hat bei dir die nächste Stufe. Freut mich. Nur, nur, ne, ist, boah, Gott. Ich will weiterkommen. Warte mal, Moment. Hier hinten gucke ich nochmal kurz. Da hinten. Äh, der Gang läuft weiter geradeaus. Und den kriege ich nicht auf. Ja, gut. So, das dürfte ja eigentlich schon noch. Das dürfte ja nur der nebenliegende Gang eigentlich sein, nicht. Einfach mal kurz ausgelassen hatte. Oder? Was war das mit den Viechtern? Boah, ich habe schon Schiss, dass er gerade wieder runter geht. Ja, komm, komm mal rein. Mach dir nichts draus. Ja, Mann. John